Da krieg ich doch das Kotzen, alle! Kot! 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 Wieso funktioniert das schon wieder nicht? Transfer... ...doloudert die Fäße der Indicator in der Jard. Ne, das ändert auch nix. Genau, bis hierhin bin ich auch gekommen. Tja, geil. Ey, Mann, das ist doch so schade. Wieso funktioniert das denn schon wieder nicht? Da. So. Guck mal nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Das ist aber ganz klar zu sehen auf diesem Gleis, oder? Ja, genau auf diesem Gleis. Genau auf diesem Gleis sollen die abgekuppelt werden. Hm. 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 eindeutig dass das da ist klar so dann mache ich jetzt einfach dass sie los und würde sagen war dann jetzt wieder zurück vielleicht aktualisiert sich das dann aber jetzt sieht man es also wenn ihr irgendwie ein Tipp ist wie das funktionieren soll dann ja bitte schreibt es in die Kommentare denn das funktioniert nicht und ich frage mich immer wieder wieso wieso klappt es manchmal einfach nicht wieso ich meine was mache ich hier falsch ich mache genau das was das Spiel mir sagt genau das also dieses Szenario scheint immer noch buggy zu sein tja machst du nix ach super ja 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 Das war's für heute. in der Karte. Tja. Also das habe ich gemacht eigentlich. Das geht mir jetzt auch ziemlich auf die Nerven schon wieder. Aber war das nicht das letzte Mal schon genau dasselbe? War das nicht genau dasselbe Problem hier mit diesem Ding? Ich probiere es jetzt nochmal. Ich fahre jetzt einfach ein bisschen weiter zurück. Vielleicht haben sie es falsch gesetzt dieses Symbol. Probieren wir es vielleicht nochmal auf den anderen Gleisen. So. Alles klar. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. Aber es kann ja so nicht... Es kann ja nicht sein, dass immer irgendwas nicht funktioniert. So. Zum Indicated Point. Habe ich gemacht. Mann ey. Nochmal vielleicht probieren. Alles klar. Dann wird jetzt mal schön weiter gefahren. Gucken wir mal, wo kommen wir denn dahin? Ja. Auch schön. Auch schön. Das kennt man ja hier gar nicht. Das kennt man ja hier gar nicht. Hm. Das kennt man ja hier gar nicht. Hm. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob es vielleicht so funktioniert. So habe ich jetzt so schlechte FPS hier an dieser Stelle. Oh, ach diese Stelle hier ist für die FPS-Drops verantwortlich. Was ich auch nochmal probieren könnte, wäre, dass ich die von hinten nochmal ankupple. Gucken wir mal. Hm. Ne, hat aber auch nichts gebracht. Okay. Dann. Probieren wir es mal so rum. Ich verstehe zwar nicht, warum das so rum vielleicht dann gut ist, aber keine Ahnung. Ich möchte einfach alles mögliche erdenkliche probieren. Damit ich eher am Ende sagen könnte, das ist viel zu schnell aufgegeben. Das kann nicht sein, dass es schon immer noch so verbuggt ist zum Teil. Fast nach einem Jahr nach Release. So. Ich probiere es jetzt mal. So. Ich probiere es jetzt mal. alles klar. Alles klar. Alles klar. Hier halten wir so an. So. 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 fahren wir nochmal rückwärts an diese Waggons ran. So. 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 So.